Willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, die heute ist von mir, Make a Cake. Kurz Info zu meinen... zu meinen... Scary... Buhn... Videos... Ich habe... also... Ich wüsste gar nicht, aber ich kann darüber reden. Es heißt, ich fühle mich super gut im Audio. Deswegen habe ich auch in dem Short übelst getätet, weil ich... weil ich nach dem was man mich gar nicht gehört hat ich hab das übelst gar nicht so peinlich vielleicht kommt heute noch ein noch ein scary video das mega kick auch ich habe auch gezeigt wie man den backroom lockt bekommt schaut auf ich werde gerne an ja das ist das mache ist schon mir dreimal und ich habe es früher echt viel sagt dann oft und jetzt übelst er gezockt nämlich ich habe fast alle abzeichen außer das hier und die drei aber die die kann man gar nicht mehr kriegen auf das hier ich habe es 1100 ja und ich habe mir ganze was geholt nämlich den all in one kickmarker ich kann hier einstellen chips 4 waren heute normal und so weiter dann werden blut alles meine orange und das topping ich will die leon sie kann und dann die partie zum beispiel klick auf konfirm von mir eins und drauf hatte kostet und ich habe fertig gemacht und das kann ich jetzt diesen team geben in dem in dem in die gold maschine und jetzt geben weil das echt viel ja also ich möchte jetzt schon hier eins drauf ich jetzt schon wieder und rein und ich habe gold vergessen perfekt weil dann ich habe mich so eins das ist mal kuchen hier ist ein geschenk ort ist ein geschenk ich kann ich hier die all-in-one schade okay mein liebes kick bis jetzt mich bei den bananen und toppings mal schauen hier bin ich pixel okay ich habe ein neues pixel und hier retro 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 wo ist retro das retro und dann in ferne oder ja mal hier und bei particles gar nichts das ist dann mein cake ein warnmerker und jetzt durch diesen kuchen auswählen drückt auf cake info favorit und da das jetzt in die goldmaschine und jetzt in den mund kommen und ok ich kann ich mich so viel machen aber ich kann mich mal umschauen in den mini obis hier ist die noob ob sie post gab es vielleicht auch und unterschiedlich hart ok hier kommen wir sind jetzt und das finde ich jetzt ist es ist jetzt kommt was bin ich was habe ich das gelebt oh mein gott in elf sekunden und jetzt kommen wir zur einfachsten ob ich der welt ja durch sprinten die einfachste ob ich weiß nicht ich mich mit one dafür muss ich nein 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 Mann, oh, stark, 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 mein Gott, oh, in sechs Sekunden. Ist es von allem oder in diesem Server? Und, und jetzt kommt es jetzt so nur, Bobby. Einer hat die in sieben Sekunden geschafft. Ich weiß ja nicht. In sieben Sekunden, das wäre extrem lecker. Warte. Ja, okay. Ich habe das in sieben Sekunden geschafft. Okay, doch. Ich weiß nicht. Bobby, schnell! Hallo? Was? Darf ich da nicht? Ich habe hier ein Warte. Ich schaue kurz. In fünf Sekunden. Überholt. Und. einer hat zehn sekunden geschafft wir war das so hart jetzt gott es war so gut Boah, ja. Come on. Stopp. Ich. Wie hast du das geschafft, Alter? Boah. Was? Wieso spring ich so hoch? Irgendeine Klärung, bitte. Boah, ich laufe automatisch. Ich habe das nicht mal berührt. Boah. Boah, er springt immer da nach oben drauf. Geh, geh schnell nach unten. Oh mein Gott. Nicht schon wieder. Das ist so unnötig. Echt? Okay. Ich habe keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe das nicht mal berührt. Okay, Leute. Ich würde diese Opinie wieder machen. So, dann kommen wir noch ein paar andere Schwäulen. Ich würde den da. Oder den da. Ah, die da. Hä? Hier ist jetzt golden. Er hier auch. Und die da hier auch. Noch die, noch die Keckern berührt. Und die, noch die Keckern berührt. Ah, hier, 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 hier. Oh, hier rein, hier rein. Ah, nee, da hat schon was. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen lassen. Dann und dann zum nächsten Video. Oh, warte, da noch eine. Aber warte. Das ist so zu viert, zu viert. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen lassen. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ich habe die Ganze ohne Audio aufgenommen. Egal, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.